Willkommen zurück zu HomeyClan. Wir machen jetzt weiter mit dem Import-Bus. Das ist IS-Relay-Interface, brauchen wir nicht. Wir brauchen Digi-Sensia-Transportation, import-export. Der Storage-Bus. Können wir dann Water-Jars benutzen, aber wir haben ja die Speicher-Dinge. Das ist besser als das Ding. Und jetzt kommt das auch noch. Wir brauchen erst mal den Importer, das da rein kriegen. Und das wird nicht so einfach. Schätze ich mal. Das haben wir, das haben wir auch. Das kriegen wir auch noch hin, bestimmt. Ja, denke ich mal. Dieses Ding. Mal gucken. Welchen brauchen wir denn da? Diffusion. Diffusion. Mit einem Annihilation Core. Oh, bestimmt kein mehr. Oh, doch. Wir haben einen. Perfekt. So. Dann brauchten wir noch... Da haben wir was. Ne, muss ich mal rausschmeißen. Ich weiß, das werden wir eh gleich wieder reinholen, aber erstmal kann das alles raus und wie mehr Platz haben. So, ich komm. So, machen wir gleich mal hier rein. Ein Entropy-Chart braucht man noch. Entropy, Entropy, da. Dann haben wir gleich einen Import-Bus. Perfekt. Nein, wir haben den Import-Bus noch nicht. Wir brauchen ja erst mal... Dings. Das Zeug brauchen wir noch rein. Verpasst die Waddle-Jars. Haben wir genug. Noch. Und wir brauchen... ... blablabla. Hallo. Ehm... ... ja, sowas brauchen wir... ... herstellen. ... ... ... ... wir müssen uns zum ersten Club machen. Boah! Echt zehn... ... verarschen. ... Alter, ich weiß jetzt schon, dass wir bald wieder Orte suchen müssen. Ne, dann muss ich die hier... ...und das. Alle sind noch 5 auf 9 auf. So. Haben eh bekommen. Bisher haben wir nur diesen einen Effekt. Ja, die ist ja nicht schlimm. So. Da. Und dann so. Okay. Warte mal so. Irgendwas fehlt noch. Ach, die Worte saß noch andere. Gut. So, wir haben ein Essentia-Import-Bass. Das nette Ding werden wir jetzt erst einmal benutzen. Ich weiß noch nicht. Nein. Oder auch. Ist egal. Mehr so da ansetzen. Ähm. Um das zu importieren. Vorher aber... ...und das wieder weg. Moment. So. 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 Macht sich besser, denn wir brauchen noch etwas anderes. Das entsprechende Terminal. Ja. Das hier. Sensia-Monitoring. So. Und Gig. Oh. Von beiden ein. Haben wir noch so ein Illumina-Panel. Oder dicht Illuminated. Ist egal. Nein. Müssen wir dann auch noch herstellen. Super. Haben wir noch einen Do-Gig. das machen wir auch noch aber erstmal das hier ja logik dann die fusion core und den anderen noch mal okay der war durch den order den anderen haben wir dann noch einen ja da haben wir auch noch ein weinteil schon mal herstellen jetzt haben wir noch 1,9 drauf das wird eh nicht mehr reichen ja mal bald wieder auf die suche gehen doch können wir schon vorbereiten wir brauchen das andere teil noch ein emulation core haben sie keinen mehr ja, gucken wir mal hier wenn ich gucken könnte ach, jetzt ist es wieder verpackt herzlichen Dank ja, was war ich jetzt? kann ich ja nicht mehr nachgucken der hergestellt wird und das wird übel muss das ja wissen na gut das heißt, wir sehen uns gleich wieder ich muss das Spiel neu starten bis dann so, da sind wir wieder ich hasse das echt wenn der hier nur abkackt ah, okay wir haben keine clue wir haben keinen clue, wuchs das ach, mensch wir bauen später netter Quarz eh, langsam wie die rechte Krise mit dem Scheiß Und mal so wieder da rein. So, und rein hier. Ah, fliegen wir mal ein bisschen rum, ja, mit Keter bisschen, das ist gut, legt bisschen, so, dann hier, da haben wir noch was, ziemlich ruhig gerade, ob Monstern geht. Gibt's, gibt's gar nicht. Interessante Gestaltung hier, du Mädel. Ich hätte mir das hier echt die oberste Decke schauen. So. Da ist es richtig. Aber man sieht, machen wir kaum noch Schaden. Hm, noch ein Liter Schaden. Ich weiß noch gar nicht, was wir brauchen werden. Hier sind es fast die auch. Sehr schön. Ach, nö, nicht du. Sehr schön. Noch einer. Aber unser Schild hält die Attacken schon echt gut ab. So. Nö, mal in Ruhe hier. Mit Farmen. Oh, da rein. Okay. Weiter. Na. Ja, wir werden eh so viel brauchen davon noch. Oh ja. Weiter. Weiter fahren. Verkauf, dass du dann rumfliegen willst, ist doch von einer Metafurst-Pestung. Treppen. Das sieht ja nicht so gut aus. Na, ist doch wieder so ein Fliegender gewesen. Da. Ja. Mal da rumkreischen. Wir hauen ab. Dann wieder Sünder. Ja. Ja. Sehr schön. Hallo. Gut. Ich bin tot. Gut. Ne, das ist noch einer. Ne, das ist noch einer. Oh, das ist interessant. Mit der Nähte sieht schon cool aus. Ja. 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 Aber die Sünder sind die durchgetreten eigentlich meistens nicht. Na ja. Gut Glück. Ja. Da gibt es die Kohle. Wir müssen da. Und das ist ja wirklich viel. Hallo! Können sie mich besuchen? Ja. Ich mag aber keinen Besuch. Man macht keine Festung in sich. Ich glaube, wir sehen vielleicht einer. Oh, keiner. Na, mal schön nach Hause fliegen wieder. Ich wusste, ob die Karte weiß, was ist da? Ach, ich nehme einen Greifelbeschnitt. Ich nehme Platz, ja. Okay, also vom Liter brauchen wir jetzt echt keinen Angst mehr haben. Sind heute voll. Dann gehe ich mal lieber nach Hause. Das ist richtig. Danke. Danke. Da. 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 So. Dann wollen wir. Fein. Ganz schön. So. Unsicher. Jetzt werden wir das Zeug loswerden hier. Das. 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 So. Redstone. Und Charged Zettles. Das müssen wir herstellen. Ne. Ne. Das. 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 Das wissen wir noch mal. Das ist schön. . Cool. Wie ist das gemacht? Das hat mich dann noch ziemlich stark loswerden. Schauen wir mal. Gut, haben wir das auch erledigt. Anniation Core war das. Wo ist das? Wo ist das? Okay. Drehen wir mal ein bisschen. Ups, bin schon wieder in das Mikro gekommen. Sorry. Ah, ich muss wieder hinrichten. Das war meine Absicht. Ja. Naja, gut. Machen wir das so. Zu Ende. Ja. Ja, wenigstens Terminal würde ich noch machen in dieser Folge. Gut. So. 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 Da ist noch ein Bissfilter und diese beiden. Okay. Wo war das? Oh, hab ich das schon vorbereitet. Psch. Oh. Ne, Bissfilter war da. Wir haben ja den Effekt. Ah, dann lohnt sich das auch. Ne, reicht nicht. Na gut. So, jetzt haben wir ein Essentia Panel. Terminal, was auch immer. Hier sehen wir dann immer, wieviel Essentia hier reinkommt. Kann ich gleich zeigen? Ne. Geben wir mal wieder das Zeug raus, danke. Ihr seht, er saugt es raus. Und hier haben wir dann die Anzeige und hier sehen wir dann, wieviel davon immer jeweils drin ist. Wäre netter, wenn die Anzeige gleich das hier anzeigen würde. Aber naja. Sehen wir auf jeden Fall, wieviel... Na gut. 64 Abo. Und dann will ich mal gucken, wieviel ist jetzt gebraucht. 32 Bites. Okay. Also würde ich sagen... ...reicht doch auch das andere. Und das, wovon wir immer sehr viel kriegen. Zum Beispiel Abo. Das hier. Würde ich dann immer dahin machen. Dass das erstmal in je 4K kommt. Dann können wir auch 1K Zellen bauen für den Rest, wo wir nicht so viel von kriegen. Das geht natürlich auch andersrum, mit einem Export-Buzz. Aber ich glaube nicht, dass wir das benötigen werden. Ich nehme erstmal alles, was doppelt und so ist. Zuerst ins System kommt, wenn wir das machen, dann muss ich immer schon... Ja, und so können wir jetzt alles da reinfüllen. Das werde ich dann gleich off-screen machen. Und dann brauchen wir keine DAS mehr rumstehen haben. Denn es gibt noch eine andere Möglichkeit, das zu machen. Nein! Lass uns ins Terminal gucken. Die näheren erst mal noch zu sehen. Das hätte ich hier noch. Ach, da muss ich näher sein. Und ja. Da. Na gut. Dann beende ich jetzt hier die Aufnahme. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Tschüss. Vielen Dank.